Hallo, schön, dass du wieder zuschaust. Ich hatte ja angekündigt, es gibt eine etwas längere Pause auf diesem Kanal und diese Pause ist nun vorbei. In meinem ersten Video in 2021 möchte ich mit dir über Patente und ganz besonders über den Wert von Patenten sprechen. Vielleicht bist du ja selbst Ingenieur und strebst ein Patent an oder besitzt sogar schon ein oder mehrere Patente. Warum Patente für Ingenieure und Techniker wertvoll sind Ingenieure und Techniker arbeiten hart, um Innovationen zu erschaffen. Ein Patent ist daher so etwas wie der Ritterschlag für die technische Expertise. Es beweist, dass die Innovation neu und einzigartig ist. Unter Ingenieuren gelten Patente daher wie eine Währung. Wer ein Patent hat, der ist vor Nachahmern geschützt. Das heißt, die harte Arbeit und der Gehirnschmalz, die in diese Innovation geflossen sind, die kann einem keiner mehr nehmen, wenn sie mit einem Patent geschützt ist. Warum können Patente trotzdem völlig wertlos sein? Unzählige patentierte Technologien schaffen es nie zur Marktreife. Und andere bleiben nur kurz auf dem Markt und verschwinden sehr schnell wieder. Denn die Erteilung eines Patents ist noch lange kein Garant für den Erfolg im Markt. Ein Patent schützt das Wie einer technischen Lösung. Dieses Wie sagt aber noch überhaupt nichts darüber aus, was diese Lösung für den Kunden leistet. Anders gesagt, zur technischen Lösung muss es ein passendes Problem auf Kundenseite geben. Doch selbst dieses Problem reicht für den Markterfolg noch lange nicht aus. Denn ein Problem zu haben und auch einen Leidensdruck zu verspüren, das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Das ist etwas, woran übrigens auch viele Berater scheitern. Sie erkennen viele Probleme bei ihren Kunden, bei ihren potenziellen Kunden, wofür sie Lösungen anbieten können. Sie erkennen Dinge, die man verbessern kann. Was viele nicht erkennen ist, dass all diese Punkte auf der Prioritätenliste der Kunden ziemlich weit unten stehen. Problem, Lösung und Leidensdruck. Ein Beispiel. Als Beispiel möchte ich ein altbekanntes Problem aus dem Automobilbau nehmen. Der Rost. Ein Auto aus Stahl wird früher oder später rosten. Damit ist das Problem ziemlich klar definiert. Nehmen wir an, du hast nun ein Verfahren entwickelt, wo man ohne Schleif- und Lackierarbeiten Rost nicht nur sehr früh erkennen, sondern auch im Anfangsstadium stoppen kann. Und du hast es geschafft, dieses Verfahren durch ein Patent schützen zu lassen. Theoretisch könnte nun jeder Kfz-Besitzer früher oder später dein Kunde werden. Doch hat wirklich jeder, dessen Auto auch nur so ein kleines bisschen rostet, einen Leidensdruck? Nehmen wir den Studenten, der eine richtig alte Karre fährt. Wenn da ein paar Rostpickel dran sind, dann wird ihn das wahrscheinlich nicht motivieren, Geld in die Hand zu nehmen für eine Lösung, damit dieser Rost gestoppt wird. Er hat einfach noch keinen Leidensdruck. Sein Leidensdruck wird vielleicht erst dann groß, wenn der TÜV sagt, dass es die bewährte Plakette nicht gibt. Dann ist es vielleicht aber für dein Verfahren schon viel zu spät. In dieser Zielgruppe ist dein Patent völlig wertlos. Ganz anders könnte das bei einem Oldtimer-Sammler aussehen. Wenn eins seiner wertvollen Schätzchen auch nur den kleinsten Rostpickel entwickelt, dann sieht er vielleicht den Wert dieses Sammlerstücks in Gefahr. Vielleicht tut es ihm sogar in der Seele weh, wenn sein Traumauto durch Rostpickel verunstaltet wird. In dieser Zielgruppe wirst du mit deiner Innovation, mit deinem Patent möglicherweise sehr großen Erfolg haben. Du triffst auf Leidensdruck, auf teilweise großen Leidensdruck und wahrscheinlich auch auf das Budget deine Methode einzusetzen. Rein technisch betrachtet haben beide ein Rostproblem. Emotional betrachtet resultiert daraus aber ein völlig unterschiedlicher Leidensdruck. Die Marke ist das Patent der Marketingleute. Ganz ähnlich wie mit Patenten sieht es übrigens bei Marken aus. Auch die lassen sich beim Deutschen Marken- und Patentamt schützen. Und die Eintragung wird von den Marketingleuten oft als großer Erfolg gefeiert. Obwohl realistisch gesehen die Hürden deutlich geringer sind als für die Abteilung eines Patents. Dabei ist die Markeneintragung für sich alleine genommen völlig wertlos. Der Wert einer Marke entsteht in den Köpfen der Zielgruppe. Wenn es dir gelingt, eine Schublade in den Köpfen der richtigen Zielgruppe für dich zu besetzen, dann bekommt deine Marke Wert. Und die Eintragung schützt sie dann ähnlich wie beim Patent lediglich vor Nachahmern. Starke Marke plus Patent gleich Wert. Im Idealfall gelingt es dir als Ingenieur oder Techniker eine Innovation zu schaffen, die ein real existierendes Problem mit einem großen Leidensdruck löst. Wenn es dir dann noch gelingt, eine Schublade in den Köpfen der richtigen Zielgruppe für dich zu besetzen, dann hast du eine richtig gute Basis für ein erfolgreiches Business. Dein Patent und deine Markeneintragung schützen dieses Business dann vor Nachahmern. Gelingt dir diese Kombination nicht, wird niemand dein Produkt oder deine Dienstleistung nachahmen wollen. Der Schutz ist dann genauso wertlos wie die Lösung selbst. Meine Unterstützung für den Markterfolg deiner Technologie Wenn du mit deiner technischen Lösung, mit deiner Innovation am Markt erfolgreich sein willst, dann ist ein Positionierungscoaching mit mir vielleicht genau das Richtige für dich. Ich arbeite sehr oft und sehr gerne mit Ingenieuren und Technikern zusammen. In vier bis fünf Online-Workshops führe ich dich zu einer klaren und fokussierten Positionierung. Durch unsere Zusammenarbeit wirst du deine Zielgruppe genau kennen. Du wirst ihre Bedürfnisse kennenlernen und du wirst wissen, mit welchem Nutzenversprechen du sie überzeugen kannst. Dir wird klar sein, welche Schublade du in den Köpfen deiner Zielgruppe besetzen willst. Und zum Ende unseres Positionierungscoachings bekommst du von mir eine schriftliche Zusammenfassung der wesentlichen strategischen Handlungsempfehlungen. Wenn du Interesse hast, geh jetzt auf meine Website www.seldas.com Falls du vorher lieber noch ein bisschen mehr über Positionierung erfahren möchtest, empfehle ich dir meine Playlist zum Thema, die ich dir hier oben verlinke. Bis bald und viel Erfolg in deinem Marketing.